Ey yo und herzlich willkommen zum letzten regulären Spieltag, also Spieltag 9 vom GBB gegen das Team Meister, der tief Barsch war, wenn ich mich nicht täusche und ja, gegen den lieben Kai, aka Kitane oder Killtane, ich weiß es nicht genau ähm, ja, mein Team, wir fangen direkt mal an äh, okay, nein, nein, wir fangen an mit seinem Team, sein Team ist jetzt eingeblendet sein Team besteht aus Ressadero, Mammutel im S, Olanga, Glurak und Mortipod im A, Britzigel, Schlappel, äh, Schlappel, Lipomentas im B und Lapras, Amigento, Unlicht und Schlappel im C das ist ein Team und ich würde sagen, wir kommen zu meinem Team jetzt direkt äh, äh, bin perfekt, bin auf X Kitane, online, kannst du mich heraus, okay, ist okay, wir haben einen Expert-Belt Technica, Shift-Gear, Power-Up-Punch, äh, Thunder Punch, Poison-Jab, also ein physisch-offensives Reflex wir haben ein Aggies-Lash mit Mixed Offensiv wir haben ein Akani mit Heavy-Duty-Boots Intimidate Morgens, also speziell Defensives wir haben Captain Gancho, komplett physisch-offensiv wir haben Albert Wesker mit Choice-Backs und wir haben einmal mit der Yachty Berry und auch wieder speziell offensiv und ja, ich würde sagen, wir laden ihn direkt ein heute mal ein bisschen stressiger ich will ihn nicht zu lange warten lassen und wir fordern heraus National Decks AG gegen Kai und wir sagen, neben wir auch los fungst mir das, ähm National Decks AG gegen Kai was soll denn der Mist? es gibt funktioniert auch nicht egal wusste das national dex gegen kai das jetzt ja so okay er hat dabei ich habe ein team geschlossen er hat lucia dabei habe ich mit gerechnet er hat morti potter bei er hat liegt moment das dabei labras tatsächlich und amigant labras dabei lol okay mit labras habe ich gar nicht gerechnet aber es ist fein damit bin ich frei monst die nervig sein könnten wäre die moment das könnte tatsächlich nervig sein morti pot maybe und gegen memo und lucia habe ich schon ein paar ideen all around der word of soft naja würde ich sagen wir liegen mit 11 und kann im nachhinein auch ganz gut sein ich würde sagen wir liegen einfach direkt ich bin gerade in terrien liebt finde ich gerade sehr lecker wir werden wahrscheinlich direkt u-turn wegen labras was ist okay weil in labras kann ich rübergehend in toxtristi ich muss mal kurz nachschauen ob labras eq kann labras kann der erdbeben ich glaube nämlich ja dann wäre schon ein bisschen kritisch so er kann dampfweiz auf jeden fall aber erdbeben scheint er nicht zu können wenn ich das wäre kein geoffizur und das ist egal okay aber dampfweizung muss ich trotzdem veraufpassen würde ich irgendwie keine ahnung ob es da gut oder so gehen so will die mit elbert wesker so intelligent kommt holucha kommt bin ich fein mit die menge jubelt der atem wird schneller so kann lucha mich schon killen holucha monotype electric seat gegen sagen wir wo es enthält und da ist enthält er kann mich nicht kennen lange er kein keine ahnung was ist selbst element doch der alberne albert scheint ganze eine suchte den albert nennt heißt ihm wird ihn halt killen genau wie heidropump ich kann vom zyper auf youtube gehen danach in eg ist ja komplett egal ja labras kommt wie erwartet und dann können wir rausgehen in obstagun und den bären direkt auf bekommt perfekt so was ist ein knock-off-switchen irgendwie ist er nicht wirklich existent ich kann auch auf den low kick gehen ich finde noch eigentlich wo ist mein kalt da ist mein kalt so wir sind draußen mit obstagun jetzt ist wieder das große ding wo ist ein zwitschern geert tag na ja am igento und licht so syl valley dark pio pussy tropper sagen jetzt mal fassade ist eigentlich ich kann eigentlich immer auf fassade hier gehen low kick geht den auch nicht safe selbst wenn er gar kein death investment hat die fassade so das haben wir die ganze welt in feiligen move ist jetzt die frage der frage so syl valley syl valley dark ich muss auch kurz showdown öffnen geht glaube ich ein bisschen schneller show opala showdown ok er ist mit syl valley dark draußen er könnte schneller als wir sein das möchte ich nicht riskieren weil ich kein fullspeech spiele team bilder sagen wir mal er hat auch ein pokémon dann ist sie will die tag so kann er irgendein feiligen oder so was in der art kann signal nicht mehr scheint mir nicht der fall zu sein dass er ein feiligen kann ne würde ich sagen greifen wir einfach direkt mal an ne da kann mir nicht viel ich kann doch einfach auf abstract gehen er drückt u turn ok er will mir eine u turn reindrücken wie viel würde die machen u turn macht schon schaden wenn er offensiv ist deswegen gehen wir einfach rüber in würde er schaden machen aber ich mache ihm danach halt noch mehr schaden das that's the thing that's the thing dementsprechend ich könnte u turn jetzt fressen wäre glaube ich nicht einmal das größte problem wir sind danach immer noch auf recht guter range und wir können danach wahrscheinlich irgendwas von ihm rausnehmen deswegen würde ich jetzt sagen gehen wir einfach auf den knockoff und lassen ihn u turn er kann natürlich jetzt auch einfach den move switchen ich weiß ja jetzt dass er u turn hat er könnte schneller sein dementsprechend habe ich darauf keine lust vielleicht setzt er auch was anderes ein vielleicht hat er jetzt auch damit denkt er jetzt ich switch einfach hart aus dann ist er doof wie vom prinzip her wäre er bleibt bei u turn na gut was will jetzt den knock fressen ist jetzt die frage was möchte den knock fressen schauen wir mal schauen wir mal schauen wir mal erholt hall lucha tatsächlich rein interessant dann doch mal aber 50 fucking prozent ja wir gehen in eggy switchen hier hart raus und mit eggy haben wir dann wieder ganz andere möglichkeiten eggy kommt er drückt auf drain punch perfekte nullrunde und es tut mir leid dass ich zwischendurch skippe ich will das eigentlich gar nicht ich schwöre ich glaube wir können sogar fast schon auf eine flash cannon gehen ja eigentlich warum nicht warum sollte ich nicht auf eine flash cannon gehen ja sehe ich so sehe ich so ein ok sie gut aus denn dort war super geil so flash cannon dann kommt der krit unlucky für ihn ähm ich drücke jetzt einfach mal shadow ich kann eigentlich nochmal auf flash cannon gehen ist komplett egal er hat ddance tatsächlich ok interessant ein ddance labras auch noch nicht gesehen aber finde ich cool so eggy holt sich schon mal einen kill geil ja finde ich cool finde ich durchaus passabel so claydol kommt rein darauf gehen wir erstmal auf den kingshield spricht er nichts gegen er kann sich nicht groß gegen uns boosten er drückt earth power so jetzt möchte ich mal was nachschauen er hat claydol draußen claydol pio rapid spin gegen die earth power macht um und bei 40 prozent auf mich und mit der blade form kill ich schon mal nicht mit shadow ball äh ist er schneller wahrscheinlich ja er wird schneller sein das heißt ich gehe jetzt auf shadow ball fress einmal die earth power vollkommen in ordnung drücken jetzt shadow ball den überlebt und einen prozent gehen jetzt auf shadows das nicht sehe ich jetzt nichts was dagegen spricht boop oh leut ha ha so ja geil so holucha kommt wieder wir gehen wieder auf den kingshield ja ist vollkommen okay kann aber jetzt auf shadow ball gehen komplett egal könnte denn es die set noch sein maybe also das wäre okay selbst das wäre jetzt okay so wir rücken wieder shadow ball auf ganz entspannter ehrenbruder basis und der eggy ist grad super das ist einer der ersten matche wo er immer richtig work macht so die bledfunk und zurück boom und der special death drop ich bin überlegen jetzt einfach drin zu bleiben ne ich gehe jetzt in toxicity ohne 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 was habe ich getan was habe ich getan nicht gut nicht gut ich hätte auch flash kann gehen wollen ich habe gedacht er wusstet sich jetzt ja wir gehen den tagen opfern den jetzt wahrscheinlich oh ja es gab schöne info weil dadurch können wir jetzt eigentlich for free in einmal gehen so williamsicott so wir können auch for free auf moon last gehen wir können sogar free auf den dings gehen aber scheißegal auf dem grassknot ok ich werde ihn jetzt ein korn weil ne warte oh shit nicht dran gedacht egal 11 und lebt das schon irgendwie er hat aber mit dem switch gerechnet oh shit ähm er hat die achi berry kann auf grassknot gehen ja easy oh lol ich habe es einfach fast gechokt ich habe es einfach fast gechokt scheiße oh ne warte 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 ich lasse ihn mich jetzt killen warum wir die letzten beiden kills mit äh toxicity so oder den letzten kill hat so mit öl ähm ich fach wäre fast auf deine mexican holy shit ähm ja ne ich geh aber auf dem t-punch nix riskieren hier nein jetzt kann ich auf den shadows nicht gehen mit eggy selbst wenn ich jetzt sterbe und dann ist es ok vielleicht denke ich den ja sogar noch und aus ne tue ich nicht der psychic ähm ja geben eggy drücken shadows sneak und dann ist es ein gt oder ja gg 30 gewonnen letzter spieltag und ich habe am ende bisschen zu risky gespielt hätte hätte nicht sein müssen hätte nicht sein müssen ähm das ende hätte dass der eine play hat nicht sein müssen ich hätte einfach safe mit eggy drin bleiben können aber ich wollte den toxicity sweep ah man egal ähm ich würde das auf jeden fall sagen wenn euch das video gefallen hat würde ich mich sehr über eine positive bewertung freuen schreibt in die kommentare wie ihr das video fandet und ich würde es an lauter haut rein schauen wir uns auf dem nächsten video dass die playoffs sein werden playoffs spielt äh tag 1 ne dementsprechend gg nochmal an dich Kai ähm ich hätte es fast gechokt einfach ich hätte es einfach fast gechokt egal ähm ja goodbye